Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Magica 2. Heute wieder als Chaos-Trio unterwegs, aber statt wie gewohnt Efi da zu haben, haben wir heute Manu dabei. Okay. Gut. Weiter geht's. Jetzt geht's weiter. Kann man hier runterfallen? Oh, hier ist ein Ne, hier ist doch kein Züglich. Oh, da ist ein Flammenwerfer. Oh Mann, einmal drauffahren schon gut. Hey Leute, lasst mich hier nicht im Stech. Okay, die sind echt gar nicht blöd. Oh, oh. Mann. Wir haben schon mal schon wieder tot. Ich kann nichts machen. Versuch dir dein Schwert zu machen. Ich hoffe, wir haben vergessen, wie es geht. Äh, Dampf, drehen mal Blitz, genau. Jawoll. Damit kannst du den nächsten Zauberer hier vorne machen. Der ist doch hier schon wieder weg, oder was? Nee. Oder? Hast du das nicht mehr? Doch, der ist tatsächlich schon wieder weg. Ah, hast du eine neue Waffe aufgehoben? Nee. Hä? Habe ich? Aus Versehen? Ja, dann resettet der das. Oh, aus Versehen. Ah ja, das passiert. Nicht so schlimm. Ach, weil ich Dings gedrückt hab. Weil ich halt LW gedrückt hab und dann... Willst du ihn umbringen, oder sollen wir uns so'n Ding kümmern? Wow. So. Jetzt hol ihn dir! Hä? Was ist so'n Wölfiech? Jetzt zaubert's. Gut, dann so. Ach geil, der Zauber dann hier vorbei. Ist ja lustig. Ah, mehr keine Ahnung. So, das wär's. Hier ist dein Betrunkenheitskett. Oh ja. Den du von Hans Schnee geklaut hast. Hans Schnee ist auch lustig. Ja. Bei mir heißt er John Frost. Bei mir heißt er Hans Schnee. Oder er Hans... Ja, Hans Schnee. Oh, da sind Wölfe rechts. Es ist ein Robber und... Oh nee, da sind alles Wölfe, ja. Oh, da ist wieder so'n ganz dicker. Warte, Kommando Bombe. Okay. Ups. Boom! Gut, jetzt ist das gut. Nochmal. Ihr macht Kommando Bombe, ich lenke den Dicken ab. Okay, gut. Oh, ich hab's sogar überlebt. Ja, Mann. Ah! Das ist nur noch ein bisschen neu von mir. Oh. Ah, das ist so'n... Oh, ich bin tot. Ja! Oh. Oh. Oh, ich bin tot. Oh, das ist gut. Schuss mal. Oh, ich steige dir gar nicht so viel. Oh. Oh. Da ist eine Bombe. Hilfe! Ne? Oh, er hat mich direkt erwischt. Ahhhh. Autsch. Hehe, wenn ihr ihn ablenkt, kann ich ihn niedermähen. Okay. Ah ja, okay. Sauber. Das gute Dampf-Blitzschwert macht es. Ist mein Goblet noch da? Welcher Goblet? Mein, mein, mein... Oh, hier ist ein neuer... Ne, oh mein, ich hab meinen Krug verloren. Und wo ist denn der hingefallen? Ich weiß es nicht. Wir haben Bomben gemacht. Ah, schepp. Ich glaube, er ist weg. Naja, ist egal. Da ist er. Ah, da ist er! Jaaaa! Jetzt haben wir noch ein bisschen gucken. Wollen wir oben oder unten? Lass mal oben, glaube ich jetzt. Obwohl, ne, das sieht noch an der Straße aus. Lass mal... erst mal hier unten entlang gehen. Das war's im Zelt. Was? Schon hier so ne alte Fackel. Oh. Was machst du da? Lösch das Feuer. Ist hier oben was? Vielleicht wieder Hans Schnee. Oh ne, hier ging's weiter. Oh, tatsächlich. Okay. Kurz Kommando Bombe. Komma halt. Äh, nö, er ist hier aber auch nicht gut an Alex. Ja, manchmal passiert das. Au, zum, au. Boah. Was war denn hier, wie ein Schlott? Oh, shit. Bin ich da? Besser nefige Zwiebel. Ja, okay. Er trischt. Andere Bombe. Wo hin? Naja, irgendwo. Da gibt's noch zu. Ah, Mist. Das war knapp. Oh, ich war eingefroren. Zipende. Wow, die schießen ja mit Raketen. Wir sind hier mit Pumpen und Weg. Oh, ich bin eingefroren. Ich auch. Au. Zerischt. Ups. Hat noch jemand nen Todesstrahl? Ja, hab ich. Jawoll. Boom. Hahaha. Uh, da hast du Bombe. Okay, ich hab nen Lebensstrahl. Okay, ich hab nen Todesstrahl. Na, was? Ich glaub irgendwas hat getroffen. Ja, was? Fucker. Was ist da was? Oh, irgendwas. Dein Tornado macht mich kaputt. Oh, ich bin der einzige Überlebende. Fucker. Toll. Ich seh noch nicht mal wo ich bin. Und schon bin ich tot. Du bist da rechts. Genau. Mann. Oh nein, mein Goblet ist bestimmt wieder weg. Okay. Wasser, Wasser. Nicht schwer. Boah. Nee. Da fliegt der. Das sieht so cool aus mit deinen Schuhen. Okay, mich hat's erwischt. Oh, cool, ne? Fucker. Oh Gott, ich muss mich heilen. Bando. Ah! Hat ihn erwischt. Oh, warte auf. Da liegt eine Bombe. Wo? Hab sie weggeschleudert. Ja, voll. Vielleicht kann man sie noch anzünden. Oh ja, die konnte man tatsächlich noch sprengen. Das sind Minen, oder? Ja. Weil ich versuch mal was zu testen. Ich glaub das sind Mörser, die kannst du aber mit Feuer anzünden. Guck mal. Ja. Nee, ich glaub... Okay. Ich glaub das sind vielleicht Minen, oder so. Ich glaub das sind Mörser, die die abfeuern. Und die werden aber im Wasser dann gelöscht teilweise. Wollen wir nochmal versuchen zurück zu gehen? Ja. Nehmen wir mal kurz zurück. Ich werd sowieso mein Goblet. Hehehe. Huch, ich häng fest. Wie hätt dir das gedacht? Oh, hier ist irgendwas! Wie ist das? Hey. Oh. Oh. Das schnärrt. Oh. Bitte nicht anfassen. Drei Ex... Ja, jetzt sind's nur noch zwei Exemplate die im Fallheld leben. Das passiert. Goddammit. Toll. Was ist das? Schneemänner? Äh? Äh? Hadrianzaun? Aha! Oh! Ich hab sie verbrannt! Aua! Schade! Der Zaun ist noch da, nur die Schneemänner dahinter sind weg. Ah, was solls. Okay, weiter gehts. Ups, toll. Welche war das? Wo? Wo lauf ich denn lang? Achso, hier. Genau, oben. Zuzu? Speedy Wizards. Hast du ein Mega-Giftschwert gerade? Giftschwert... Ja, weiter gehts ins nächste Gebiet, oder? Ja, weiter gehts. Zwei Augen in Gemützle. Ja, Artifacts. Also the roots. Okay. Zwei Augen in Gemützle. Zwei Augen in Gemützle. Zwei Augen in Gemützle. K 對uji Shenzier است opposaufания. W ход, W克ithle. W克 Toldinzle. Zwei Augen in Gemützle. Zwei Augen in Gemützle. Vielen Dank.